Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu diesem heutigen gemütlichen Lade-Video. Ich habe mich länger nicht gemeldet und ich werde euch auch gleich erklären, warum. Aber erst mal, worum geht es jetzt heute so generell in diesem Video? Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie jetzt die E3 bei mir so ablaufen wird. Da gibt es eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Dann werde ich kurz ein bisschen über die Streams reden. Einfach nur, warum? Mir ist neulich vor Augen, also wie Schuppen von den Augen gefallen, warum streame ich im Moment so gerne? Warum ist das so angenehm? Deswegen, dann die Hitze, das hat mit Punkt 1 zu tun. Dann möchte ich mich noch kurz für den ganzen Support bedanken und kurz über Projekt 30.000 und die Thumbnails reden. Und dann habe ich mir wieder so ein paar neue Spiele gegönnt, halt auch vor allem dank euch und so. Und dann habe ich ein neues Format auf meinem Vlog-Kanal angefangen. Und da reden wir einfach mal so ein bisschen drüber. Und da ihr mein Intro ja so mögt, haue ich mal mein Intro raus und dann legen wir los. Das erste können wir eigentlich relativ schnell abhandeln. Die E3 2018 ist gerade im vollen Gang. EA war jetzt ja schon dran. Gut, EA geht mir halt total am A vorbei. Und deshalb werde ich halt erst irgendwelche Videos machen ab der Microsoft-Pressekonferenz. Ich persönlich kann leider nur zur Nintendo-Show einen Livestream machen. Also ich werde am Dienstag um 18 Uhr live streamen, wenn Nintendo natürlich ihre Pressekonferenz, also ihre Nintendo Direct zur E3 hochlädt. Da werde ich streamen. Ich werde wahrscheinlich schon im Vorwege dazu, also vielleicht so eine halbe Stunde oder Stunde vorher den Stream starten. Da können wir uns schon mal alle gegenseitig hypen. Ich habe mir auch so ein E3-Bingo vorbereitet. Das blende ich jetzt einmal ein. Aber mit diesem E3-Bingo werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Das ist eher so eine Wunschtraum-Bingo-Sache, die ich da gemacht habe. Ich habe versucht, mal ab und zu ein paar sichere Punkte einzustreuen. Aber ich wollte jetzt auch nicht alles mit Smash-Charakteren vollhauen. Und wie gesagt, für mich zählen in diesem Bingo irgendwie nur Dinge, die nicht angekündigt wurden. Ich könnte jetzt sagen, oh, neue Bilder zu The Last of Us 2. Ja, das kommt sowieso. Oder ein neues FIFA. Das kam ja. Und das kommt auch sowieso. Ich wollte eher so Dinge, die man auch wirklich irgendwie raten muss. Und das Ding, damit werde ich wahrscheinlich keinen einzigen Bingo vollkriegen. In der Mitte bin ich, dass ich da heule. Und den Rest, hoffe ich, erkennt man, was ich damit meine. Bloodborne 2 meint hier zum Beispiel einfach nur ein neues From-Software-Spiel. Kingdom Hearts, da unten heißt, dass es das Releasedatum bekommt, das Kingdom Hearts 3. Und ja, ich glaube, der Rest ist einigermaßen verständlich. Ich würde mich halt viele Leute freuen, wenn neu als Animal Crossing kommt und so weiter. Neues Tales of ist das Bild da unten in der Ecke. Ja, bin mal gespannt, ob davon irgendwas eintritt. Wie gesagt, das Ziel ist in der Mitte, dass ich heule. Das Ziel muss sein, dass ich heule oder rumschreie und komplett ausraste. Wie gesagt, wenn da auf einmal ein Link's Awakening Remake läuft oder irgendwelche anderen Sachen, ich glaube, dann werde ich emotional. Ich weiß nicht, ob ich beim F-Zero ausraste und schreie im Stream oder heule. Es könnte sein, dass, weil ich live bin, vielleicht nicht unbedingt weine, sondern eher ausraste. Aber mal gucken. In letzter Zeit merke ich so oft, dass ich sehr emotional werde bei Videospielen. Ich werde ein bisschen zum Weichling. Aber ihr wollt es ja alle sehen. Ja, das heißt, es gibt von mir dementsprechend, wenn bei Microsoft irgendwas Interessantes ankommt. Und ich meine jetzt nicht nur ein neues Ori in the Blind Forest. Weil wenn da jetzt nur ein Ori für mich kommt, dann werde ich nicht extra dazu ein Video machen. Wenn jetzt aber die Microsoft Pressekonferenz super interessant wird, weil sie haben ja eine Zusammenarbeit mit Nintendo angekündigt. Wenn wir jetzt auf einmal erfahren, oh, da kommt vielleicht eine Rareware Collection für die, also das Rare Replay vielleicht für die Switch und ein neues Ori und wir kriegen Conker oder Banjo für Smash und da kommt richtig gut das Stoff. Dann werde ich dazu natürlich ein Video zu machen. Das bekommt ihr dann dementsprechend am Dienstag vor der Nintendo Pressekonferenz. Wenn bei diesen ganzen anderen Sachen, ja, da kommt ja noch so, so viel. Im Montag bekommt ihr natürlich das Video zu Microsoft und Montag kommt ja dann ganz, ganz viel. Da kommt Bethesda, die mich ja auch absolut null interessieren, außer sie entwickeln irgendwann mal ein gutes Gameplay für ihre Spiele. Dann gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Pressekonferenzen. Dann kommt natürlich irgendwann Sony. Sony werde ich nicht live streamen können. Sony interessiert mich natürlich sehr, aber die streamen um 3 Uhr nachts. So, ich habe aktuell, stand jetzt Dienstag, eine Frühschicht. Das heißt, ich kann natürlich dann nicht um 3 Uhr nachts streamen, wenn da irgendwie Sony Pressekonferenz abhält. Das wird natürlich schwierig. Es wird dann dementsprechend am Dienstag ein Reaction-Video natürlich zur Sony. Also, es kann sein, dass ich Sony im Nachhinein live streame. Dass ich sage, okay, hier, ich streame, während ich mir die Sony Pressekonferenz angucke. Das könnte ich mir gut vorstellen. Falls ich es schaffe, mir den Dienstag noch freizuräumen, dann können wir um 3 Uhr nachts doch streamen. Das erfahrt ihr dann ja dementsprechend. Das heißt, wenn ihr auf meinem Kanal seht, hier, ein geplanter Stream. 3 Uhr nachts irgendwie, dann streame ich die Sony Pressekonferenz. Dann um Dienstag um 18 Uhr natürlich Nintendo. Und dann wird es natürlich noch mal ein abschließendes Video zur E3 geben. Das ist so mein E3-Fahrplan im Moment. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich bin viel zu gehypt. Viel gehypter, als man es irgendwie sein sollte. Aber wir gucken einfach mal, was so passiert. Wenn auch nur ein Bruchteil von dem, was in meinem Bingo steht, irgendwie kommt, dann können wir eigentlich schon glücklich sein. Gut. Die Streams. Warum streame ich im Moment so gerne? Ich habe halt immer so überlegt, warum ist das so? Warum macht das so viel Spaß? Und klar gibt es da viele Dinge, die cool sind an den Streams. Man bekommt natürlich Support. Das will ich natürlich nicht irgendwie wegreden und sagen, dass das nicht cool ist. Klar macht das auch Spaß, da man ja echt krassen Support von euch erhält in den Streams. Also, mega. Also, ich kann mir da vor allem auch super viel von... Also, explizit spendet ihr ja auch immer für Sachen. Ihr wolltet, dass ich mir Rocket League als Ziel eingebe. Dann habe ich Rocket League für die Switch bekommen. Ich habe Little Nightmares für die Switch bekommen. Ich konnte mir ein Nintendo Labo Set kaufen für die Switch. Was jetzt natürlich auch dann im Livestream irgendwann mal aufgebaut wird. Das wird super witzig. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich muss nur noch gucken, wie ich das genau einrichte. Weil man muss ja dann mich sehen, wenn ich das Ganze aufbaue. Ich konnte mir so Kleinigkeiten auch kaufen durch das Geld auf Paypal. So, zum Beispiel die Quartetts für meine neue Rubrik oder solche Sachen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das will ich gar nicht kleinreden. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum man streamt. Der Grund tatsächlich, der ist mir jetzt neulich mal so aufgefallen. Wenn man als YouTuber Videos macht und einen YouTube-Kanal führt, dann muss man sich halt auch immer Zeit dafür einräumen. Man muss irgendwie eine Balance finden zwischen Content erstellen und in meinem Fall ja auch Community-Entwicklung, also Nähe zur Community pflegen. Denn ihr wisst ja, ich schreibe mit allen von euch. Jeder, der mich anschreibt, dem antworte ich mindestens. Wenn mir nur einer schreibt, hallo, wie geht's? Und ich schreibe zurück, gut. Und da kommt nichts mehr. Okay, dann ist das so. Aber wenn ihr mir eine Frage stellt, ich antworte auf alles, außer ich vergesse mal was. Das tut mir wirklich leid. Dann stellt mir die Frage ruhig nochmal. Das ist dann nicht böse gemeint. Ich lade Zuschauer dazu ein, mich zu besuchen. Und ich bin öfter im Discord und unterhalte mich mit Leuten. Und das kostet alles auch Zeit. Das stört mich nicht, aber das ist Zeit. Und man will natürlich noch Spiele spielen. Das heißt, Community pflegen, Spiele spielen, will man natürlich auch, und Content erstellen. Und all diese drei Sachen auf einmal, das kann ich in den Streams machen. Und deshalb ist es so unglaublich schön, einfach mal, wenn man gerade mal Zeit hat, einen Stream anzuwerfen. Denn wenn man einen Stream anmacht und man hat jetzt die Einstellung und man spielt einfach ein Spiel, dann spielt man auch wirklich ein Spiel. Und das ist so angenehm für mich. Ich kann Content erstellen, ich kann mit euch reden, wir können zusammen Spaß haben. Und ich spiele aber auch gleichzeitig. Ich schaffe es im Moment, so viel selber auch zu spielen, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Weil ich immer irgendwie Zeit für die Videos abkapseln musste oder Zeit, die ich mit euch verbracht habe. Gerade auf Discord die letzten Monate, da war ich sehr viel auf Discord. Das musste ich halt immer vom Spielen selbst abkapseln. Jetzt arbeite ich gerade halt auch sehr viel. Da blieb halt für mich sehr, sehr wenig Zeit, überhaupt selber Spiele zu spielen. Ich habe immer mal so Monster Hunter gespielt, aber ich habe noch so viele Spiele hier, die ich halt irgendwie noch zocken möchte. Und durch die Streams schaffe ich das. Und das ist halt dieses unglaublich angenehme Gefühl, was ich gerade habe. Immer wenn ich sage, so jetzt habe ich aber mal Bock auf Dark Souls, dann mache ich nebenbei den Stream an, weil ich spiele ja sowieso. Und dann kann ich auch nebenbei den Stream anmachen und dann mit euch gleichzeitig in den Kontakt treten. Und deshalb macht es so ein Spaß im Moment und ist ein angenehmes Gefühl als Content Creator, Streams anzuwerfen. Ich lade ja die meisten dann noch nicht mal im Nachhinein großartig hoch, weil wir auch sehr viel Blödsinn in den Streams machen und über FSK 18 Sachen auch mal reden oder dann Musik anwerfen, die nicht copyrightfrei ist und sowas. Und deshalb lade ich halt nur so meinen Pokémon-Stream hoch oder mal andere Streams, die nicht so unbedingt außer der Reihe laufen. Aber ich habe zum Beispiel gestern Nacht um halb zwölf oder so einen Stream angeworfen. Wir waren irgendwie 100 Leute, waren irgendwann nachts immer noch 69 Leute. Und das war einfach super witzig. Und diese nächtlichen Streams machen auch super Bock, weil ich halt auch in der Zeit spielen kann. Ich kann gerade Dark Souls erleben und sehr viel Zeit mit Dark Souls verbringen, weil ich nebenbei streamen kann. Genauso war das neulich, wo ich Monster handelte, wo ich ein paar Spiele getestet habe. Heute Abend gibt es einen Livestream für Nintendo Switch-Spiele. Ich habe mir ja auch ganz viel für die Switch, wie gesagt, Little Nightmares habt ihr mir ermöglicht und Rocket League. Und ich habe mir auf der Switch durch das Paper-Geld halt auch noch Spiele runterladen können. Ich habe ein Testmuster zu Sushi Striker bekommen von Nintendo und habe dann hier mir noch so ein paar andere kleine Indie-Spiele auf der Switch runtergeladen. Und auch diese Pokémon-Quest können wir uns mal angucken. Und ich kann spielen, ich kann mir die Spiele angucken, während ich mit euch in Kontakt trete. Versteht ihr? Es ist einfach so angenehm. Und das macht einfach super viel Spaß an den Livestreams. Und dieses ganze Paket, man bekommt Support, man kann sich Sachen kaufen, man kann Content erstellen, mit euch in Kontakt treten und gleichzeitig Spiele spielen. Das führt einfach dazu, dass Streams super viel Spaß machen. So. Dann hatten wir natürlich in letzter Zeit super viel Hitze. Und alter, ich saß hier, ne? Ich war wie gelähmt die ganzen zwei Wochen jetzt. Also es war wirklich ultra heiß. Heute ist richtig geil. Heute kommt endlich mal wieder Wind in die Wohnung. Total angenehm heute. Und das führt echt dazu, dass ich hier, ich will seit einer Woche eine neue Top-Liste fertig machen für die PS4. Ich habe jetzt ja alle PS4-Spiele, die mich erstmal interessieren, abgehandelt. Klar, es gibt noch sowas wie Persona 5. Aber ich glaube nicht, dass Persona 5 in diese Liste stoßen wird. Ich habe jetzt gerade Ni No Kuni 2 ein bisschen weiter gespielt und das Spiel hat gewisse Probleme. Es wird auch nicht in die Top-Ten stoßen. Die Top-Ten für die PS4 ist tatsächlich unglaublich krass umkämpft. Viele meiner liebsten Spiele ever sind in dieser Liste. Die PS4 hat ein unglaublich krasses Spielaufgebot. Und da möchte ich eine neue geupdatete Top-Ten machen. Und ich komme nicht voran. Ich komme zu nichts im Moment, weil ich hier zu Hause bin. Ich bewege mich nicht und ich schwitze und ich öle und ich gehe von Raum zu Raum und quäle mich hier rum. Und ich bin einfach zu nichts gekommen. Ich konnte mich nicht dazu durchraffen, mich auf den Stuhl zu setzen, an dem ich dann festklebe, am PC zu sitzen und da dann irgendwie zu schneiden oder Texte zu schreiben. Ich habe da manchmal mal einen Stream angemacht, weil ich mich da freier bewegen kann. Es ist... Ne, das tut mir leid. Aber jetzt mit dem Laber-Video geht es natürlich weiter. Und die PS4-Top-Liste, die muss ich heute auch weiterarbeiten, denn ich darf heute Abend nur streamen, wenn ich heute das Video mindestens halb fertig bekomme. Und dann gibt es auch irgendwann eine neue 3DS-Top-Liste, aber erst, wenn ich Bravely Default durchgespielt habe. Denn das Spiel gefällt mir echt gut und das will ich erst in Gänze für mich erfassen. Und dann gibt es eine neue 3DS-Top-Liste. Denn auch da hat es sich natürlich einiges gewandelt, da ich viele coole neue 3DS-Spiele gespielt habe. Ja, diese Scheiß-Hitze. Dann möchte ich mich noch einmal mega krass bedanken für diesen ganzen Support. Wir sind jetzt im dritten Monat auf Patreon. Und ich habe ja immer gesagt, am Anfang, ihr sollt ruhig erst mal abwarten. Aber viele waren tatsächlich sehr, sehr froh, dass sie mich jetzt tatsächlich auch unterstützen können. Und Patreon und gerade auch der Support in den Livestreams, der hat natürlich einiges bewirkt. Ich meine, ihr seht, ich habe euch das, glaube ich, in den Vlogs ja auch schon oft gezeigt. Ich habe jetzt hier drei Lichter stehen. Ich habe dieses Mikrofon, ich habe das andere Mikrofon da vorne. Wir besorgen uns jetzt ein neues Mikrofon für die Livestreams, damit da richtig geiler Sound ist. Da muss ich nur noch mich ein bisschen schlauer machen. Was genau? Auch viele Spiele habt ihr mir ermöglicht durch gerade die Livestreams. Ich habe einen Greenscreen, den ich jetzt benutzen kann. Und ich besorge mir da jetzt noch einen Ständer von dem Patreon-Geld diesen Monat. So ein Ständer ist ja auch nicht teuer. Ich gebe jetzt nicht das ganze Patreon-Geld für den Ständer aus. Und ich habe mir 250 Euro zurückbehalten von diesen ganzen Patreon-Geldern für die Deutschlandreise. Die habe ich extra zur Seite gepackt, weil ich ja dieses Jahr, wie gesagt, noch durch Deutschland fahren möchte. Ich kann leider immer noch nicht sagen, wann und wie, da ich immer noch nicht, ich bin jetzt erst seit einem Monat eben im neuen Markt. Ich kann immer noch absolut nicht abschätzen, wann ich den Urlaub bekomme. Ich bin mir aber ziemlich sicher, leider erst so ungefähr Ende des Sommers, wenn nicht gar erst im Herbst. Ich habe leider nicht mehr viel Urlaub durch den Familienurlaub und den ganzen Umzug. Ich habe, glaube ich, nur noch zwei Wochen Urlaub und die werde ich dann natürlich nicht in den Sommerferien nehmen, wegen der ganzen Familien, die wir da im Markt haben. Und ja, so ist das dann. Aber auch das Jahr ist dann noch lang. Und ihr wollt ja auch noch, dass ich dann irgendwie mal im Herbst oder so rumfahre. Und sobald ich weiß, wann ich Urlaub habe, werde ich die Deutschlandreise ankündigen und planen, dann mit euch in den Kontakt treten, wo ich vielleicht bei euch übernachten kann. Denn das Ziel ist ja, dass ich dann ungefähr anderthalb Wochen durch Deutschland fahre und jeden Tag bei einem Zuschauer übernachten kann. Dass wir halt immer irgendwie Kontakt haben und ich möglichst viele Leute kennenlerne. Und dass ich möglichst viele Leute, mit denen ich schon so lange Kontakt im Internet habe, endlich mal kennenlerne. Ihr werdet dann erfahren, wo ich wann die Fantreffen mache. Und das wird einfach nur super cool. Ich habe mir ja extra neue Fankarten, also neue Visitenkarten erstellt. Und dafür behalte ich mir jetzt immer extra ganz viel Patreon-Geld zurück. Und ja, und ihr habt mir sogar gerade durch den Michi, der ja mich da richtig dran getriezt hat, er hat mich dazu beredet und mich dazu getriezt, davon im Monat 50 Euro von den Spenden im Livestream wegzunehmen. Und er selber hat mir dafür ja auch sehr viel Geld gespendet. Ich habe jetzt ein Sparkonto errichtet für einen meiner großen Lebensträume, für meine Japanreise. Da ich ja in ungefähr zwei, drei Jahren mit meiner Schwester nach Japan reisen möchte. Und das war ein mega Gefühl, das zu sagen, dass die Zuschauer wirklich gesagt haben, hey, pass mal auf, du musst das nicht jetzt nur für den Kanal. Wir wollen auch, dass du dich selber was für dich erfüllst. Dass du dir selber mal einen Traum erfüllst. Und dass die wirklich gesagt haben, nimm das Geld doch mal dafür. Und dann habe ich gesagt, nein, doch nicht alles und so. Und dann habe ich gesagt, ein cooler Kompromiss, 50 Euro im Monat von den Livestream-Spenden, die packe ich zur Seite. Das muss ich diesen Monat übrigens auch noch machen. Ich selber zahle auch 50 Euro im Monat auf dieses Konto ein. Und ja, dann kommen 100 Euro im Monat auf dieses Sparkonto. Ich habe da jetzt schon 400 Euro drauf. Und das ist ein cooles Gefühl. Wenn man schon lange diesen Traum hat und man träumt immer nur, dann passiert nie was. Aber dass tatsächlich die Zuschauer mich auch mal dahin getrieben haben, zu sagen, jetzt nimm doch diesen Traum an Angriff. Wenn du immer nur träumst, passiert nichts. Und sie haben recht. Und das ist ein schönes Gefühl, dass man diesen Traum jetzt in Angriff genommen hat. Und dass das Ganze irgendwie läuft. Und dass man ein mittelfristiges, realistisches Ziel hat, in zwei Jahren genug Geld zu haben für eine Japan-Reise. Und das ist ein Megatraum von mir. Ja, das ist cool. Irgendwas auf irgendwas bin ich jetzt gerade parallel auch noch gekommen, wo ich gerade kurz drüber reden wollte. Was war das denn jetzt? Du kannst ja mal kurz überlegen. Wir sind ja im gemütlichen Labervideo. Nee, das war es nicht. Irgendwas gerade mit hingetriezt, Sparkonto für 400 Euro davon von mir. Nö, komme ich gerade nicht drauf. Egal. Vielen Dank für diesen ganzen Support. Und es sind einfach, ich bekomme auch immer noch super coole Briefe. Ich habe jetzt gerade gestern wieder einen Brief geöffnet, wo mir jemand eine sehr, sehr coole Nachricht geschrieben hat. Auf zwei so Blättern. Mega cool. Es ist so ein schönes Gefühl, Nachrichten zu bekommen. Und dann auch wirklich mal, auch in den Streams schreiben, da komme ich mal mit ganz anderen Leuten in Kontakt, die dann wirklich schreiben, hey, ich bin ein stiller Zuschauer. Ich gucke dich seit sieben Jahren, also von Anfang an, habe aber noch nie was kommentiert. Und dann trete ich endlich mal in Kontakt mit denen in den Livestreams. Und auch wenn man Brief und Post bekommt, auch der Besuch, der hier war über Pfingsten, das war super spaßig. Und ich habe coole neue Leute kennengelernt. Und ihr seid die beste Community. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass Projekt 30.000 eigentlich gar nicht so richtig anläuft, um auf das nächste Thema überzuschwenken. Ich habe ja mal Projekt 30.000 ausgerufen. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr noch mal gucken. Ich möchte meinen Kanal modernisieren und mal gucken, was da vielleicht noch geht und vielleicht mal ein bisschen mehr neue Zuschauer irgendwie versuchen zu erreichen. Und das klappt absolut null. YouTube hasst meinen Kanal richtig doll. Ich habe jetzt da wirklich viel schon getan. Das neue Intro ist ja noch nicht fertig, aber da habe ich auch mittlerweile gar nicht mehr so die Eile. Aber ich habe natürlich sehr, sehr viel, auch gerade die letzten zwei Monate an den Thumbnails gearbeitet. Ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe sehr viel verändert. Ich bin da aber immer noch in der Findungsphase. Ich lerne halt gerade immer mehr, was Design angeht für mich persönlich, auch gerade am PC. Aber ich habe da immer noch viel zu lernen. Jetzt habe ich zum Beispiel mal, es gibt viele verschiedene Meinungen, was Thumbnails angeht. Ich persönlich finde viele meiner Thumbnails, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sehr gelungen. Einige wirken vielleicht ein bisschen überladen. Einige wirken vielleicht zu bizarr, wie zum Beispiel das zu den Grafikstilen. Vielleicht war der Hintergrund einfach zu bunt gewählt. Vielleicht mache ich manchmal ein bisschen zu viel rein. Aber ich persönlich möchte halt auch diesen bunten, bescheuerten Charme von mir irgendwie bewahren. Ich habe viel experimentiert mit meinen Gesichtern, dass ich so erschrockene Gesichter und so mache. Und auch wenn man halt so denken würde, Tim, das hast du doch nicht nötig. Behalt doch deinen eigenen Stil. Tatsächlich habe ich aber gesehen, dass das halt sehr, sehr viel bringt. Nicht unbedingt für euch. Die meisten meiner Zuschauer, die gucken meine Videos an, wenn da eine einigermaßen tolle Thumbnail ist, mit einem meiner Comic-Gesichter, den gucken die das Video. Aber eben, wenn ich dieses Projekt, wenn ich mal sagen möchte, ey, wenn mein Video tatsächlich mal irgendwo auftaucht, was es ja im Moment leider noch nicht tut. Und die Leute sehen dann diese Thumbnail. Dann wirken tatsächlich diese überzogenen Thumbnails halt enorm viel besser. Und was ich halt richtig cool fand, war die Thumbnail von dem Pokémon-Hype, wo ich da so Pikachu so angucke. Und die Thumbnail fand ich halt super witzig. Die ist natürlich sehr bunt, aber ich finde, die sieht voll hübsch aus. Oder wo ich dann halt das eine mal so total erschrocken gucke. Das hat mega viel mehr Klicks, dieses Video, als andere meiner Videos. Und ja, aber der YouTube-Algorithmus hasst meinen Kanal halt enorm extrem. Ich bekomme seit 2018, habe ich nicht einen einzigen Abonnenten dazu bekommen. Viele meiner YouTube-Kollegen, Dennis von GameMansion und gerade auch der Raketenjansel, die gehen ja gerade ab wie ein Zäpfchen. Zwei coole Kanäle, kann man sich übrigens mal angucken, damit die noch mehr abgehen. Und die erleben gerade so einen richtigen YouTube-Hype, wie das halt eigentlich normal ist. Die bekommen Abonnentenzuwachs, 400, 500 Abonnenten im Monat dazu oder teilweise mehr. bekommen richtig gut Klicks, werden bei anderen Kanälen an der Seite vorgeschlagen. Und da läuft das halt richtig. Und auch viele meiner anderen Kollegen, die bekommen gerade einen relativ guten Zuwachs, was Abonnenten zugeht. Und mein Kanal stagniert halt komplett. Und ich möchte mal einfach nicht behaupten, dass es daran liegt, dass ich irgendwie scheiß Content mache, denn es ist irgendwie erst seit 2018 so. Also wirklich, ich bekomme nicht einen einzigen Abonnenten dazu. Meine Abonnentenzahl von Anfang 2018, die ist minus 8 im Vergleich zu jetzt. Das heißt, ich habe von 2018 bis jetzt 8 Abonnenten insgesamt verloren. Auch mal welche dazu bekommen, aber halt auch wieder Abonnenten verloren. Und das ist halt schon dann irgendwie cool, wenn man seit 5 Monaten lang jetzt Videos macht und man bekommt nicht einen einzigen Zuschauer dazu. Ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, selbst wenn es das ganze Jahr über jetzt nicht klappen sollte. Ich werde dann hier nicht sitzen und rumheulen und sagen, oh, es ist alles vorbei. Ich kriege keine Zuschauer mehr dazu. Dann habe ich ja trotzdem euch. Dann habe ich trotzdem diese unglaublich coole Community. Und das ist mir dann halt auch wichtiger. Ich wollte jetzt ja auch nicht hier von wegen jetzt mal Mainstream-Kacke machen und hier nur noch Fortnite spielen. Und dann habe ich 100.000 Abonnenten oder mehr. Weil dann wäre vieles, was ich jetzt gerade mache, halt auch nicht mehr so in der Form möglich. Aber 30.000 hatte ich eigentlich gedacht, wäre mal vielleicht möglich, mal so 3.000 Zuschauer dazu bekommen. Aber tatsächlich in den letzten 5 Monaten nicht einen. Also ich fürchte, das wird nichts mit Projekt 30.000. Mal gucken. Zu den Thumbnails auch gerne immer weiter Feedback. Gerade im Discord kann man mir dazu sehr gut Feedback geben, wenn ihr sagt, ey, pass mal auf, die und die Thumbnail, die ist ja schon ganz gut. Aber versucht doch mal das und das. Denn ich bin tatsächlich, ich kann gut Videos schneiden und sowas. Aber Bildbearbeitung, da bin ich immer noch so ein bisschen, ja, da muss ich noch lernen. Gerade was Schriftarten angeht. Für mich sehen die Schriftarten alle irgendwie immer gleich aus. Und jetzt habe ich halt von vielen schon gehört, Tim nimmt noch eine modernere Schriftart. Und ich denke, was ist denn an der Schriftart so wichtig? Ich verstehe das halt nicht so richtig. Da habe ich kein Auge für. Und ja, also gerne weiter Feedback. Ich weiß halt auch noch nicht so ganz genau, welcher der Stile jetzt so für mich am besten ist. Ich denke, ich werde so im Mittelweg gehen. Ich werde meinen Comic-Stil auch weiter benutzen, aber bei so, ich sage mal, eher realistischen Videos, Laber-Videos zum Beispiel, werde ich dann vielleicht eher, oder bei einer E3-Reaktion oder solchen Sachen, wo es halt dann wirklich um mich vor der Kamera geht, ich glaube, dann werde ich halt eher auch mal diese Gesichter benutzen, um mal zu gucken, ob das wirklich so viel ausmacht. Ja, und dann, ach so, hatte ich mir noch aufgeschrieben, halt Switch-Spiele. Das hatte ich ja eben schon mal so kurz angekündigt, dass ich mir wieder so ein paar Titel auf der Switch geholt habe, auch durch den Download-Code von Nintendo. Und ja, die Spiele habe ich auch schon gezeigt. Das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig, heute Abend, sich mal diese Spiele anzugucken. Old Man's Journey kann ich euch zeigen. Ich freue mich schon richtig darauf, Nintendo Labo live im Livestream auszupacken. Ich freue mich übelst auf die E3. Ich freue mich übelst auf euch in der Deutschlandreise. Es gibt viele Sachen, auf die man freudig in die Zukunft gucken kann. Ich bin sehr froh, dass es heute ein bisschen kühler ist, dass die Hitze ein bisschen weg ist. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für den ganzen Support of Patreon. Wie gesagt, jetzt schon der dritte Monat. Ihr habt mir sehr, sehr viel ermöglicht in der Zeit. Ihr habt mir sehr, sehr mein ganzes Kanalleben sehr viel leichter gemacht, weil ich mir einfach auch mal ein Spiel kaufen konnte, was mich interessiert, wenn ich kein Testmuster bekommen habe, dass ich mir jetzt die ganzen Lichter kaufen konnte. Es ist im Moment super angenehm und sehr komfortabel für mich Videos zu drehen, was natürlich dazu führt, dass auch einfach ein bisschen mehr Content kommt. Außer jetzt die letzte Zeit. Alter, ich konnte nichts machen bei der Hitze. Aber ansonsten habe ich ja im Moment einen ganz guten Rhythmus. Gerade auf meinem Vlog-Kanal gibt es im Moment sehr, sehr viel Content. Da lade ich im Moment also tatsächlich drei Videos hoch ungefähr in der Woche. auch ja die neue Rubrik, wo ich ja tatsächlich Sachen aus meiner Kindheit vorstelle, also Sachen von früher. Ja, zum Beispiel. Hör mal. Wie macht man das, sagt er? Kennt ihr den noch? Fuh? Von Fuh und Fahrer. Das hatten wir in der Grundschule. Er meinte, man muss das irgendwie so machen, dann ergibt sich hier irgendwie einen Mund. Oder halt Quartetts habe ich in der ersten Folge vorgestellt. Natürlich werde ich auch irgendwann mal den Gameboy vorstellen. Oder das magische Augebücher, Go-Go's, Disketten, alte Modems, die diesen Sound gemacht haben. Telefonbücher. Halt einfach total alte Dinge von früher, die man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Und das ist halt meine neue Rubrik auf meinem Vlog-Kanal. Also quasi ein Nostalgie-Alarm für Nicht-Gaming-Dinge. Und da wird es dann auch nochmal Hero-Quest geben und solche Sachen. Und das ist super witzig und das macht auch super viel Spaß. Ja, Leute, im Großen und Ganzen alles super. Ich bin euch mega dankbar. Wir gehen den Weg einfach so weiter. Und wenn es halt keine 30.000 Abonnenten werden, dann habe ich immer noch euch. Dann habe ich die geilste Community auf YouTube. Ich bin euch super dankbar dafür. Ich freue mich auf den Livestream mit euch. Livestreams mit euch machen echt im Moment super viel Spaß. Und ja, wir hypen uns weiter auf die E3. Ihr seht mich dann natürlich dann wisst ihr jetzt ja wann ungefähr. Wenn ich es doch schaffen sollte, zur Sony-Pässe-Konferenz einen Livestream zu machen, dann seht ihr das ja in meinem Dashboard. Guckt da immer weiter und denkt immer dran, dass ihr auch diese Glocke aktiviert, weil viele von euch beschweren sich, dass ihr meine Videos immer nicht unbedingt mitbekommt. Dann guckt einfach mal so öfter rüber. Auf Discord kündige ich das ja auch mal an. Ich versuche dran zu denken, das zu twittern. Ich versuche dran zu denken, das auf Facebook zu posten. Oft vergesse ich das aber auch. So, jetzt labere ich wieder viel zu viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich wünsche euch eine wunderschöne E3. Wir sehen uns alle Abend im Livestream oder im Laufe der Woche. Macht's gut, habt euch lieb. Peace.